Ich grüße euch, liebe Freunde des Antitus. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute bin ich als der Doktor unterwegs. Und ihr habt ja schon gesehen, die Krone hat der Dok schon. Ich spiele einfach so, weil ich Bock auf ihn habe. Und mal sehen, wie die Runde so ausgehen wird. Denn jetzt zum Geburtstag sind tatsächlich viele SWF-Gruppen unterwegs. Was man auch verstehen kann. Damit ist es einfach viel leichter, Punkte zu holen. Als mit Randoms. So, Schock. Wunderbar, alle hier. Oh, zu kurz der Schock. Also werde ich wahrscheinlich ein bisschen reinschwitzen. Also verzeiht mir schon mal, wenn ich ab und zu nicht reden werde. Weil ich versuche natürlich auch so viele Punkte wie möglich zu machen. Eins, zwei. Und von daher muss ich vielleicht zwischendurch mal meinen Mund halten, um mich zu konzentrieren. Ein Schock. Ah, ich hätte das Add-On mitnehmen sollen, dass meine Schock-Reichweite erhöht ist. Da geht sie durch. Aha, erwischt. Und nochmal erwischt. Und zack. Wunderbar. Und schon zwei Stacks. Eins, zwei. Auch das Beste kommt zum Schluss. Und der erste Haken. Wunderbar. So, einmal hier drauf. So, leider habe ich kein Barbecue auf dem Dock. Deswegen müssen wir mal so gucken gehen, wo wir das Pop anbringen können. Wo war das? Da hinten. Hier können wir das Pop anbringen. Hallo. Oh, Lian. Oh, erstmal Pop. Eins, zwei. Wo ist der? Ist er noch hier? Da ist er. Oh, Sprint-Boost, Leute. Hier haben wir einen mit Sprint-Boost. Den schocke ich jetzt nicht. Der kriegt einen Hit. Und zack. Perfekt. Der Lian ist nicht meine Besessenheit. Das ist die Jane. Wenn ich die Jane sehe, die möchte ich eigentlich nicht schlagen. Oh, zack. Was war das denn jetzt hier, Lian? Da wird gerettet. Jawohl. Oh, zack. Gleich mal wieder einhängen. Da ist die Jane. Ah, wir nehmen den Bill. Wir nehmen den Bill. Bill, 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 Bill. Lass dich mal. Verdammte Axt. Kriegst du halt einen Hit ab? Zack. Sehr schön. Und down. Wunderbar. Sieben Stacks schon. Auf das Beste kommt zum Schluss. So, hier gucken wir wieder gegen. Eins, zwei. So, und dann habe ich eine Shockwave hier am Start. Und schocken gemacht. Ja, da sind sie alle. Oh, das ist die Jane. Jetzt habe ich wieder ein paar Stacks verloren. Aber, ja, schmeiß rum. Aber, ja, schmeiß rum. Eins, zwei. Aber wir nehmen die jetzt auch mal. Ich kann halt die Stacks neu einsammeln. Und zack. Ja, ich verliere halt, weil ich auf Stufe 2 habe, drei Stacks. Auf Stufe, äh, auf Stufe 3 ist glaube ich nur zwei Stacks, wenn man die Besessenheit schlägt. So. Jetzt haben wir wieder einen Pop. Hier hat eben der Lian aufgeschrien. Der ist da hinten. Hier ist der, glaube ich, irgendwo. Aha, hallo Lian. Uh. Ah, verdammt. Ich dachte, er geht durch hier. Egal, jagen wir ihn. Oh, die Palette war fake, Lian. Ah, eine fake Palette. Ich habe gedacht, ihr seid SWF und macht mir jetzt die Hölle heiß. Aber ich habe das Game ja hier ganz schön gut im Griff. Ja, was macht ihr denn, Ali, hier? Wollt ihr die Jane jetzt sterben lassen? Das wäre nicht gut für meine Stacks, Leute. Also, Bill. Harte im Nehmen. Ah, ich habe es geahnt. Weil er hat aber nicht so nach hinten geschaut. Deswegen. Zack. Habe ich nicht so dran geglaubt. Oh, den kommen wir an Morin. Ich habe einen Morin mitgenommen. Dann, äh, Morin wir den doch einfach mal. So. Viel Spaß mit dem Morin, liebe Leute. Hm, Bill gut durch. Wunderbar. So muss das. Das habe ich natürlich keinen Pop. Für den Generator. Aber das macht nichts. Ich habe hier eben ein Trugbild gesehen. Okay, ich habe da hinten 2-1 gesehen. Aber hier oben hat einer aufgeschrien. Es ist... Na, wenn ich ein Slanding. Nein. Ah, den Nia. Jetzt jetzt denselben Trick nochmal versuchen, Nia. Ja, tatsächlich. Oh, Dead Hard. Aber das Dead Hard war nicht gut genug in hier. Oh. Und anhaken hier vorne. Komm, den kennt ihr doch schon hier. So. Und jetzt habe ich wieder einen Pop. Und mal gucken, wo ich das hintrage. Der Generator steht still. Oh, ich habe echt gedacht, ich muss hier derbe reinschwitzen. Der steht still. Der hier. 1, 2. Nia hängt noch am Haken. Ist hier vielleicht einer im Schrank? Nein. Ist hier generell irgendeiner? Ja, Lian. Gutes Versteck. Aber nicht gut genug. Gegen den Doktor. Der dich spotten kann. Was hat er denn hier für Moves drauf? Ja, rennen in das Thompson-Haus. Ich liebe übrigens dieses Thompson-Haus. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt. Aber ich finde, das ist Hammer. Oh, zack. Noch ein Stack. Oh, was war das denn für ein... Ah, aber gefällt. Lian, du hättest davon kommen können. Hast gefällt. Die wurde nicht gerettet, tatsächlich. Ich konnte Lian jetzt in den Keller bringen, aber ich hänge ihn hier hin. Vielleicht wagt sich die Jane ja nochmal aus ihrem Versteck. Um den lieben Lian zu retten. Ich gehe auch ganz weit weg extra. Ist die irgendwo hier hinten? Ne. Die ist auch nicht weit geschockt. Die erzeugt keine Trugbilder von mir. Deswegen Weiß ich gerade nicht, wo die ist. Aber ich bin sehr weit weg vom Haken. Die könnte jetzt retten gehen. Ich habe echt gedacht, das sind SWF und die machen mich jetzt kaputt. Ist mir heute schon ein paar Mal passiert. Ich habe auch ein bisschen Offscreen gespielt. Unter anderem den Trickster. Der war bei mir völliger Absturz. Ähm, ja, wo ist denn die Jane? Sag mal. Ey, die lässt den Lian einfach sterben. Das gibt es ja nicht, ey. Oh, Leute. Der Arme Lian. Guck mal, hier ist eine Krone. Die nehmen wir mit. Ich habe zwar schon eine mit dem Doktor, aber man muss die Kronen einsammeln für die Community-Eventsache. Da, sie saß auf der Luke. Ähm, wow. Sie hätte retten gehen können. Sie hätten noch versuchen können, Jens zu machen. Ich, ähm, bin so ein bisschen enttäuscht von der Jane. Aber generell bin ich auch so ein bisschen überrascht. Ähm, tatsächlich, äh, dass die mich nicht gestorpt haben. Also, uff, uff, uff. Ich dachte, das ist eine SWF. Alle eine Torte dabei. Und, ne, aber, wow. Ähm, keine Ahnung. Äh, habe ich Glück gehabt. Ich wurde heute schon so oft von SWF-Gruppen gestorpt. Das macht keinen Spaß. Aber, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben da lassen. Abonniert meinen Kanal. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und, dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne.